Ich vermute mal, ich sollte mal ein bisschen Story weiterspielen, aber der von mir vermutete Schatz versteckt sich garantiert hinter dieser Wand, die man sprengen sollte können, kann ich aber noch nicht. Ich gehe jetzt noch zu dem Schützpunkt und dann überlege ich mir, wie ich hier weitermache. Na, den habe ich schon ausgewählt, den Peikbilderer Station. Hier ist ja nix, ne? Nix, da ist nix. Oh. Oh. Oioioioioioioioioi. Das hat wehgetan. Äh, das ist ein Handelsposten. Hier oben war irgendwie so ein Ding, das habe ich leer geräumt. Das habe ich jetzt offline gemacht. Und wollte ich mir den Schatz holen und stelle fest, Ist das die Peikwilder-Arrestation? Warte mal. Hi. Ihr vertraut mir doch, ne? Ihr mögt mich doch. Oder kann man hier irgendwo lang? Oh. Ich hab schon wieder verdrängt. Ich brauch eure Schätze. Hier ist auch ein... ...Bahnbrecher mit bereitgestellten Materialien. Ja, die ich nicht habe. Ich suche jetzt erstmal einen vernünftigen Weg da rein. Oh. Wie kommen wir denn da hoch? Mensch, wie war denn das noch? Ich bin jetzt hier. Ein Peik-Syndikat-Händler. Ich verfolge den mal. Weil das müsste eigentlich gehen. Noch mögen die mich ja. Halt dich fest, nix. Ich weiß auch nicht, ob ich von den Grimsen jetzt noch Aufträge kriege. Weil das hab ich jetzt schon verdreht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Darf ich hier rein? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es war sehr ruhig in letzter Zeit. Guten Tag. Kann ich hier durch? Oh, jetzt. Dann wär ich sauer gewesen. Da ist der Händler. Nee, gestehlt wird hier nix. Wenn man mich sehen kann. Der ist nicht gut. Sind die Cards der Händler? Falldate Werik? Namens Werik. Hm. Oh, Badaya. Verkaufsgegenstände. Was ist das? Silvanisches Eisen. Oh. Wir haben genug Kohle. Ja, das ist wichtig. Das brauche ich. Das seh ich jetzt erst. So, dann wollen wir das gleich mal falsch anziehen. Wir haben... Das ist wichtiger. Und das ist... Das ist sogar sehr wichtig. So, okay. Denk einfach nur an die Kredits. Ich weiß nicht, kann ich da oben noch rein? Wir wollen ja die Schätze finden. Oh, warte. Das ist ganz schön kompliziert. So. Ich weiß nicht, ob ich hier rein darf. Darf ich... Was genau machst du da? Hier darf ich also nicht rein. Okay. Ich bin mehr wert als das. Nein! Du sollst das holen! Das schaltet wieder nach ganz was anderen um, ne? Toll gemacht. Verschmelz mit dem Schatten, Nex. Da oben kann ich hoch. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich habe nicht gespeichert. Ah, ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Speichern. Laden, 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 laden. Geh. Mach schneller. Wir probieren den mal aus. Man muss vorspeichern. Das macht keinen Sinn. Was ich hier jetzt gemacht habe. Selber schuld, ne? Wo bin ich jetzt? Ah, alles klar. Da habe ich auch die gekauften Sachen nicht. Ich habe auch die Klamotten jetzt nicht an. Hier durch. Genau. Wir gehen gleich zur Händlerin. Ich hoffe, dass ich die Sachen noch kriege. So, die zweite Tor können wir nicht. Hier können wir durch. Bisher jetzt. Kann ich noch speichern? Halt. Guck mal, hier kann ich schon nicht mehr speichern. Alter, das ist doof, ne? Naja, denn ist es auch egal. Die Daten sind weg. Die Daten sind weg. Hi. Warum geht sie so komisch? Kapier ich nicht. Bleib versteckt, ja? Ist jemand in der Nähe? Ja. Zwei. Und die sehen... Der hat mich da gesehen, ne? Das ist kein guter Weg, um da reinzukommen. Hm. Da haben wir schon eine Kiste gefunden. Zwei Schatz sind aber noch. Zwei Schatz vor allen Dingen. Ich will auch alles haben. Und der hat mich gesehen? Hast du was, Kleiner? Ich bin hier hochgeklettert und der hat mich sofort gesehen, oder die? Oh, diese kleinen Steine, ne? Siehst du was? Da dreht er sich in dem Moment um. Da hat doch nichts. Bleib auf der Hut. Oh. Was siehst du? Arschloch. Guck dir den Quatsch an, was sie hier macht. Ist hier jemand? Nein. Das sind auch so eine Fiolen. Ich habe Angst, jetzt wieder hier hochzugehen. Aber hier kann mich keiner sehen, ne? Oh. Von da hinten. Da ist was zum Ausschalten. Wo geht sie lang? Siehst du was? Hier ist aber auch nichts zum Verstecken so richtig, ne? Ist hier jemand? Hier ist nichts. Ich kann hier problemlos. Oh. Sie geht hier lang? Tog dich aus, nix. Was siehst du? Was war das? Hä? Wer für dir? Wo gehst du lang? Ich hab doch nur gehauen. Zum Angriff, Nix. Alles Gute. Das kann doch wohl nicht sein. Das hat wieder gar nicht funktioniert, ne? Nee, sind wir nicht. Hast du was, Kleiner? Na gut, Nix. Hol sie dir. Ich vergesse es immer, ne? Äh, Quatsch. Da. Ich will hier meine Ruhe haben. Jetzt steht er mir vor den Füßen. Ich vermute ja hier Schätze drin. In dem Haus. Na dann lass mal hören. Oh, vier Stück. Na nun, geh doch um die Kurve rum, hier. Erst mal gucken wir hier unten. Hier waren wir ja. Die Tür geht nicht mehr auf. Waren wir hier nicht drin? Das sieht alles immer so gleich aus, ne? Hier waren wir doch drin. Hier haben wir doch einen Schatz gefunden. Das war ein Satz mit X. Ich weiß nicht, wo die anderen dann sind. Operationsgebäude. Ja, die habe ich damals auch nicht gehabt. Ich war hier schon drin. Da kann man sich abseilen. Hier ist noch eine Tür, aber da kommen wir ja nicht ran. Aber hier ist ein, guck mal, da ist ein Ich stelle mal auf ironisierend schon mal um. Na, der ist nicht benutzbar. Da wäre noch ein Gebäude. Dann gehen wir da mal gucken, ne? Bleibt mir eh nichts anderes übrig. Hui, da geht das Licht an. Hm. Ich kriege keine Markierung für nichts. Jetzt kriege ich eine. Mal gucken, was passiert. Nix weiter, ne? Da sind... Ja, das ist doch schön. Nein. Ja. Hier sind drei Mann. Jetzt will ich mal gucken, ob der hier hochkommt. Eine Bonus. Oh, die Stimme kam aber ziemlich dicht dran. Geh nicht weg. Komm noch ein bisschen rum. Sie bückt sich nicht. Sie bleibt eisern stehen. Ich habe dreimal gedrückt. Beim dritten Mal erst. Das ist natürlich... Es hörte sich an, als ob hier eben jemand lang geht, aber... Sie geht hier noch lang. Gut, hat funktioniert. Das sollte ich mir mal ansehen. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Ich nehme mal die Uhr ab. Sie drückte ein wenig. Oh, wo gehst du jetzt lang? Kommst du hier hoch? Kommt die hier hoch? Warte. Ich habe wieder fünfmal raufgedrückt, bevor das ging. Da ist nur. Hier haben wir unsere Ruhe. Hier haben wir einen. HM-Triebwerkskern entdeckt. Cool. Hier ist noch mehr. Was ist das? Schlüsselkarte-Operationsgebäude entdeckt. Cool. Ich habe es im Kreuz. Wann hat er das letzte Mal gespeichert? Vor 14 Minuten. Ihr seid so krank. Das ist wirklich krank, ne? Das Speichersystem hier. Ich bin hier nur an einer ungefährlichen Stelle. In Sicherheit. Bin vermeintlicher. Hier sieht mich keiner. Wir haben aber nur zwei gefunden. Das fehlt noch ein Schatz. Wo mag der sein? In dem Gebäude? Wir können ja nochmal gucken. Ich habe ja jetzt den Schlüssel. Ich gehe aber durchs Gebäude durch. Oder kann ich hier rumgehen? Gefahrlos. Nein. Können wir nicht. Wir müssen hier durch. Ist sicher. Ja. Ihr habt hier ein Insektenproblem. Aber das ist ja nur... Hier für die Karte. Und mehr nicht. Hier ist auch kein Schacht oder irgendwie sowas, ne? Dass man... Dingsen kann. Wenn man da irgendwie reinkommt oder so. Keine Chance. Und hier sind wir damals rausgekommen. Da war hier... Da war die Topografie hier anders. Also hier geht jetzt gar nichts in diesem Gebäude. Na gut, dass ich da schon den Schatz geholt habe. So, dann gucken wir mal weiter. Irgendwo muss ja was sein. Hier oben kann ich ein bisschen entspannter gucken. Aber ich denke mal, dass das wirklich nur in diesem... ...gesperrten Bereich sein kann. Guck mal da drüben. Da ist noch einer. Das ist aber nur eine Plattform. Das ist nur eine Plattform. Das ist kein Gebäude. Und... Weißt du, kommt man in diesen Turm rein? Habe ich was übersehen? Das ist nur eine Lampe. Ne, ich habe nichts übersehen. Die habe ich voll. Dann weiß ich auch nicht. Aber ich will hier rausgehen. Das ist besser. Wir wollen mal auf diesen Platz. Vielleicht steht die Truhe ja auch draußen rum. Das Räuspern war ziemlich dicht, ne? Wo geht sie lang? Jo, das frage ich mich auch immer, wenn der Abwasch ansteht. Da hinten ist der Schnellreiseplatz. Hier ist noch ein Gebäude. Warte mal. Ah. Hier ist noch irgendwas unten drunter. Wenn wir jetzt hier aus dem zugangsbeschränkten Bereich rausgehen, kann mir ja nichts passieren, ne? Theoretisch. Ich muss bloß gucken, wie hoch das hier alles ist. Hast du was, Kleiner? Das ist ungünstig, wenn der mich da sieht. Ich habe die Sachen nicht angezogen, ne? Ah, ich bin ja blöd. Warum kommt das eine Stunde später? Ja, das ist schon fühlbar besser. Ich hoffe, hier ist der. Oh, der hat aber gezogen. Da ist auch ein Gebäude. Der Schatz kann natürlich überall sein. Ich will noch... Hi. Schalt den Alarm ab, ja? Ich muss mich mal verstecken. Das war nicht so gut. Hier ist wer drinnen. Würde mich hier wer sehen. Siehst du was? Der geht hier noch vorsichtig. Ich will noch den anderen Schatz. Kommt hier her. Gehst du hier lang? Gehst du hier lang? Oh. Was siehst du? Da ist niemand. Wo gehst du lang? Da. Könnte das... Ich hoffe, ich werde bald bezahlt. Kann ich mit ihm reden? Nee. Das wäre gut, wenn das gehen würde, ne? Wenn ich jetzt hier den Datenstift benutze, ne? Hier bin ich geschützt, glaube ich. Sorry für die lange Folge jetzt schon mal. Gut, dann los. Aber hier ist das, was ich haben will. Davon brauche ich nichts. Doch, brauche ich einen? Aber... Haltet sie auf! Ah! Lauf, 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 lauf. Lauf doch mal! Lauf, 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 lauf. Das war jetzt doof Na nun komm doch mal Meine Güte Das ist ja wie bei Ellen Weg Eine Schlüsselkarte fürs Gebäude Das kostet alles viel Zeit Ich weiß nicht, ob ich das nochmal aufnehme Bis dann, tschüss